Hallo liebe Ladies und auch willkommen liebe Herren auf dem Body IP Ladies Channel. Heute geht es um meine Sporttasche. Was habe ich dabei, auf was kann ich nicht verzichten, wenn ich im Gym bin? Viel Spaß! Ja, ihr habt mich gefragt, was in meiner Sporttasche drin ist. Das möchte ich euch heute beantworten, auch wenn ich der Meinung bin, in jeder Sporttasche ist doch irgendwo immer das gleiche drin. Aber gut, ich beantworte das euch heute und wir legen direkt los. Sportklamotten habe ich schon an, so ist es auch meistens bei mir. Ich starte schon von zu Hause mit Gymklamotten und schlipfe dann nur noch in andere Schuhe und dann geht es auch direkt los. Wenn es nach der Arbeit ist, das Training, dann sieht das natürlich anders aus, dann sind die Klamotten drin, aber jetzt habe ich sie schon an. Dann haben wir natürlich ein Handtuch. Ein Handtuch sollte nie fehlen, also zum Unterlegen, zum Schweißabwischen, egal wofür, ein Handtuch muss im Gym immer dabei sein. Wenn es duschen geht nach dem Training direkt, dann habe ich auch noch ein Größeres dabei, sonst war ich das kleiner. Dann natürlich immer ausreichend trinken beim Training. Darf nie fehlen. Hier ist jetzt Wasser drin, aber super gerne habe ich auch noch meinen Perfect Diet natürlich drin. Super lecker im Geschmack Cola, so nach dem Training mit ein paar BCAAs ist das super, ja, als Ergänzung. Aber natürlich auch kein Muss. So, was haben wir noch? Ja, klar, hier luken direkt die Schuhe hervor. Da schlüpfe ich dann immer rein. Ja, Schuhe. Dann mein Trainingstagebuch. Mein Trainingstagebuch, wo ich immer alles eintrage und auch noch separate Seiten habe für meine Kunden. Trainingsgewicht und ja, etc. Wird hier immer fleißig eingetragen. So, dann haben wir hier ein kleines Täschchen, ein extra Täschchen im Täschchen. Okay, hier sind jetzt meine Ersatzkopfhörer. Die anderen fliegen, glaube ich, im Beutel, den ich immer mit ins Gym wirklich dann auch nehme, also rein beim Training. Da sind die Richtigen drin. Hier sind meine Ersatzkopfhörer, falls mal der Akku der Bluetooth-Kopfhörer leer sein sollte. Haarspange zum Haar hochbinden beim Duschen. Haargummi ist auch das Non-Posso-Ultra, brauche ich immer. Weil, wie versteht sich das? Was haben wir hier noch? Ein weiteres Haargummi. So ein, ich weiß gar nicht, wie die genau heißen. Auch perfekt. Dann, auf was ich auch nie verzichten kann oder was ich immer dabei haben muss, egal ob Gym oder woanders, diese drei Sachen. Haargummis, Labello und Taschentücher. Muss ich immer dabei haben, vor allem Labello. Ich bin Labello-süchtig. Den geht es noch so. Ich habe hier den Perglanz, den liebe ich. Den habe ich, glaube ich, insgesamt irgendwie drei, viermal immer in allen Handtaschen und Sporttaschen rumfliegen. Was haben wir hier noch? Handcreme darf auch nicht fehlen. Und dann habe ich hier noch, falls es mal später ist, dann packe ich mir das in die Jackentasche. Ein kleines Fesselspray hier. Darf man das haben? Ein Wunderabwehrspray. Nein. Also, ihr wisst es. Ne? Zur Sicherheit. Ja, und dann haben wir hier noch ein kleines Duschgel und meine Wimperntusche und mal ein Perfügel. Also, das nur so als Zusatzequipment, wenn es wirklich unter die Dusche geht und man sich noch ein bisschen aufhübschen möchte nach dem Sport. Voll im Sport macht das meine Wimperntusche, wenn ich noch ein bisschen aufhübschen möchte. So, das ist das. Dann haben wir einen schicken Body-Eye-Peutel, den es auf der Pibo gibt. Ja, auf der Pibo haben wir solche tollen Zuhnbeutel. Ich liebe die. Wenn ich nur trainieren gehe und nicht noch danach duschen gehe, versuche ich auch alles hier rein zu quetschen oder nehme zwei davon mit. Weil einen nehme ich immer super gerne mit auf die Trainingsfläche. Deswegen ist hier jetzt auch gerade alles drin, was mit auf die Fläche kommt. Und zwar, ja, noch verknotet, meine Tubes, meine zwei Lieblings-Tubes. Einmal das Stufe 4 von 5 und die Stufe 2 von 5. Für die Beine das Blaue, für den Oberkörper eher für die Schultern das Rote als Unterstützung. Und dann meine Fußstafen, die hatte ich euch ja auch schon mal vorgestellt im Video. Die sind echt ideal, genauso wie die, habe ich euch auch schon mal vorgestellt, meine beiden Must-Haves. Und das immer in der Tasche, die direkt mit ins Studio geht, also auf die Fläche. Genauso geht mit natürlich meine Handschuhe, auf die ich auch nicht verzichten möchte mit super Geleinlagen. Das ist echt ideal. Da habe ich lange viele ausprobiert, bis ich die besten gefunden habe, weil ich das nicht so gerne mag, ohne Handschuhe. Ja, die, dann, warum auch immer das jetzt hier drin ist, ein Haarspray noch. Dann, seitdem ich immer wieder jetzt ja krank war, ihr habt es mitbekommen, Desinfektionszeug. Ja, also ich desinfiziere mir beim Training bestimmt x-mal die Hände, in der Hoffnung, dass ich wirklich fit bleibe. Und da habe ich keinen Bock mehr drauf, krank zu werden. So, was haben wir hier noch? Noch mal Kargummis. Meine Mitgliedskarte. Also ohne die darf ich natürlich auch nicht lostingeln. Da sind mal diese super schicken Bilder drauf, die man gar nicht zeigen will. Genauso wie bei Personalauspice oder Führerschein. Äh, ja. Stecken wir auch direkt wieder weg. Dann haben wir hier noch die Kopfhörer, die Bluetooth-Kopfhörer. Die eigentlich auch mein Standard-Equipment sind. Und wie gesagt, die Alternative, wenn die Batterien alle sein sollten. Darf nichts passieren ohne Musik auf der Trainingsfläche. Horror. Ja, und falls ich mal in einem anderen Gym bin. Ich habe eine Kundin, die ich in einem Fitnessstudio betreue, da brauche ich dieses Schlösschen. Ähm, deswegen immer ein Schloss dabei, damit ich meinen Splint auch abschließen kann. So, das war es hier. Ähm, so, was haben wir denn hier noch? Hier ist noch ein, ja, Sprühdeo. Ähm, da lebe ich das von Adidas mit dem russer Deckelchen. Das riecht, äh, sehr gut und hilft. Hat keine Alkohole, ähm, hat keine Alkohole. Und, ähm, ja, ich mag das sehr gerne. Das noch. Und einen weiteren Beutel, wie ich gerade schon gesagt habe, ähm, zur, ja, wenn es nur kurz ins Gym geht. Und Ersatzsocken. Ich weiß nicht, wem es auch so geht. Ich mag es nicht, irgendwie verschlitzte Socken anzuhaben. Also Socken habe ich auch immer noch mal hier drin. Und hier an der Seite versteckt sich noch meine Bürste. Tango-Teaser. Der darf auch nicht fehlen. Und, äh, ja, das ist so mein Standard-Equipment. Wenn ich duschen gehe, dann habe ich natürlich noch ein großes Handtuch, ähm, vielleicht auch Shampoo, Duschgel natürlich. Ähm, Flip-Flops auf jeden Fall. Habe ich hier auch mal ein paar Rad gelegt. Flip-Flops. Ohne Flip-Flops gehe ich im Gym nicht duschen. Ich habe keine Lust, ähm, mir da irgendwelche anderen Haare an den Füßen, an die Füße zu holen. Und, äh, irgendwie Fußkirps noch abzuholen. Nein, das brauchen wir nicht. Also, gut klar. Und ab und an auch dabei meine Faszienrolle zum Ausrollen, zur Lockerung der Muskulatur. Ähm, auch super. Mange ich natürlich auch super gerne mit meinen Kunden. Ähm, ja. Also, die Faszienrolle auch dabei. So, und das war's auch soweit. Hier ist nix mehr drin. Genau. Ja, das ist so in meiner Sporttasche. Und, äh, ja, wenn ihr noch andere Sachen wissen wollt, schreibt's gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Und abonniert den Channel. Schaut weiter bei Facebook und Instagram vorbei. Und bis ganz bald. Eure Mara.